Leite den Strom zum Aufzug um. Was denkst du, was ich hier mache? Isaac, versuch's mit der Sicherheitskonsole. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Oh Gott, der Gestank! Wie sieht's aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die Habe Shimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder saft haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein, die Quarantäne-Systeme funktionieren. Moment, hört ihr das? Ja, 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 ich hör's. Helmut? Ganz ruhig. Daniels, bring dir Aufzug wieder zu laufen. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Saum! Oh Gott! office! fting! Zieh! Tag! Figure's đó! Can bunch! Tag! Tag! Touch! Tag! Tag! Los geht's! Ah, shit! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.